Ja und her, er kämpft aus einem blauen Ecke, er trägt Silber mit Orange, er ist auch mit 84 gross und 83 Kilogramm schwer. Konsole ist mit 18 Sieg, Sibyl Fodor Nuckout gegenüber 4 Niederlagen repräsentiert das Powerhouse Gym Hannover aus Hannover in Deutschland, Hamilko Auwe! Der vierfache Schweizer Meister, der vierfache Europameister und der vierfache Weltmeister! Benni Dadal Osmanoski! velvouser Geist clip Das war's für heute. Vielen Dank. 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 ...